Hi, willkommen hier zum Baumhinterkanal. Heute haben wir ein wirklich extrem spannendes Thema. Ich bin ja immer auf der Suche nach alten Wissen und nach alten Techniken. Unter anderem, um zum Beispiel die energetische Situation im Haus und Garten so zu verbessern, dass es dann halt zu einem gesünderen Leben führt und so. Und jetzt bin ich über den Holunder gestoßen und über den Buchsbaum. Weil beide Pflanzen sind hochinteressant. Und warum das so ist, können wir gleich mal klären. Denn es geht einfach darum, wir haben bestimmte Situationen bei uns im Garten, bei uns im Haus. Und die können wir halt, wenn wir sie nicht ändern, haben wir Schwierigkeiten mit unserem Leben oder mit unseren gärtnerischen Aktivitäten, weil die nicht so funktionieren. Oder es kommen Schädlinge. Und die Frage ist dann immer, okay, wenn ich das schon feststelle, kann ich es dann auch beeinflussen. Und es gibt eine gute Nachricht, eigentlich aus der Vergangenheit, in die Zukunft. Und ja, wir können es beeinflussen und zwar sowas von easy, wenn wir das verstehen, worum es geht. Und das möchte ich euch heute mal zeigen, weil das ist altes Klosterwissen. Nur wurde es nicht komplett uns überliefert, sondern wir hatten Hinweise aus alten Klöstern, die aus energetischen Gründen bestimmte Pflanzen verwendet haben. Unter anderem hier, ich habe es hier, den Buchsbaum, den man dann gesetzt hat, um zum Beispiel Wasseradern, die linksdrehend sind, zu entstören. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. Nun ist der Buchsbaum eine Pflanze, die hier in unseren Gegenden ein bisschen leidet durch den Zünsler, den Buchsbaum-Zünsler. Deswegen muss es da auch Alternativen geben. Und ich habe eine Alternative dabei. Das ist das gute Stück. Das ist der Sambucus negria. Negria, also ein Holunder, also die ursprüngliche Form, die grüne Form. Ich hatte, als ich die Pflanzen eingekauft habe, habe ich auch mal vor Ort gemutet, die anderen, die farbigen, vielleicht auch so geeignet sind. Und tatsächlich habe ich da keine Bestätigung gekriegt. Das heißt, es könnte sein, dass sie funktionieren. Es ist aber möglich, dass sie eben nicht funktionieren. Und nur dieser ursprüngliche Holunder funktioniert dann. Und wie der funktioniert, das ist so mega. Ja, als ich das festgestellt habe, dachte ich, ich falle vom Glauben ab. Ihr müsst euch vorstellen, ich suche ja ständig irgendwelche positiven Punkte, irgendwelche negativen Punkte und versuche Beziehungen herzustellen zwischen Pflanzen, die ich habe, weil sie krank sind, weil sie gut wachsen, hin und her. So, jetzt kenne ich schon seit sehr, sehr langer Zeit bei mir im Garten einen Punkt, der ist extrem linksdrehend und das ist eine Wasserader. Wie wir die finden, zeige ich auch gleich nochmal, damit ihr mal eine Idee habt davon. Weil nicht alles, was Wasser anzeigt, muss gleich eine Wasserader sein. In dem Fall ist es aber eine. Und jetzt bin ich hier rausgefahren für euch. Und zeige euch original hier an einer Wasserader, wie ich die in einem Bruchteil einer Sekunde rechtsdrehend mache. Der Vorteil für euch ist, wenn ihr zum Beispiel Wasseradern habt. Ich habe zum Beispiel bei meinem Haus, habe ich drei Wasseradern, die unter dem Fundament durch das Haus durchgehen und dann das Haus auch wieder verlassen. Davon sind zwei linksdrehend. Einer ist rechtsdrehend. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ihr auf einer linksdrehenden Wasserader zum Beispiel Steckdosen habt und ihr steckt da halt das WLAN ran und sowas alles, das kann Schwierigkeiten geben. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man sowas dann irgendwie beseitigen kann oder abschalten kann. Also und die Möglichkeit, die ihr jetzt habt, die ist so genial einfach, wenn ihr sie versteht. Dann braucht ihr nicht irgendwelche teuren Geräte kaufen zur Entstörung, wo bei manchen es auch einen Zweifel gibt, ob die überhaupt funktionieren oder ob das einfach nur so ein Marketing-Gag ist. Das ist uraltes Wissen. Das hat man schon immer gemacht. Wir haben die Hinweise darauf. Wir haben es bloß nicht immer verstanden, wie es gemeint ist. Zum Beispiel habe ich von meinem Onkel, der auf dem Land sehr erfolgreich Viehwirtschaft betrieben hat, viele Bauernsprüche und Weisheiten aufgeschnappt. Unter anderem hat er mir erzählt, dass jeder Bauer auf seinem Hof sozusagen einen Holunderstrauch hatte. Und dieser Holunderstrauch, ja, er hat es dann so gesagt, dass dann halt die Glucke mit den Glucke, also das Huhn mit den Küken an den Holunder angetütert wurde, also sprich mit einem kleinen Bindfaden da festgemacht wurde. Und dann konnte sie da halt die ganzen Blattläuse, die runtergefallen sind, wegpicken und die Küken konnten das auch und dann sind sie gut gewachsen. Aber das ist tatsächlich, da sieht man schon, dass dieses Wissen degeneriert ist, weil das ist gar nicht der Grund, warum die Bauern ursprünglich die Holunder vor den Stellen gepflanzt haben, sondern der Grund ist viel genialer. Nämlich, was ich festgestellt habe, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich einen Apfelbaum habe, der stand falsch, weil er auf einem negativen Punkt war und ist einfach nicht gewachsen. So, jetzt habe ich ihn dieses Jahr rausgenommen und jetzt war der Platz frei. Und als ich bei einer Kundin war und sie beraten hat, hat sie gesagt, ja, ich möchte einen Holunder pflanzen und da habe ich gesagt, ja, der soll gut sein, weil er irgendwie was umwandelt. Und da habe ich mir gesagt, okay, das kann ich ja auch machen. Ich habe ja so einen Platz. Also bin ich da hingegangen, habe einen Holunder mehr gekauft wie diesen hier und habe das Loch frei gemacht, habe den da reingestellt. Irgendwie hat es mich durch einen Geistesblitz dazu getrieben, herauszumuten, ob der richtig steht. Und dann habe ich halt mit der Zweihandroute getestet und musste den noch drei, vier Mal verdrehen. Ich habe nicht gewusst, warum, aber ich habe den drei, vier Mal verdreht, habe den eingegraben und dann war ich neugierig, bin mit meiner Zweihandroute über die linksdrehende Wasserader gegangen und auf einmal war die rechtsdrehend. Und ich hatte ja eigentlich nichts gemacht, außer ich hatte den Blumentopf da reingestellt. Ja, also ausgepflanzt. Jetzt habe ich die Idee gehabt, okay, was könnte denn sein, wenn ich einfach nur so einen Holunder nehme, den Blumentopf einfach mal hinstelle. Und tatsächlich haben wir das auf einem Seminar gemacht. Da waren ein paar Leute gewesen, die haben das alles gesehen und konnten das natürlich auch überzeugen, dass das jetzt nicht irgendwie fake ist. Und wir haben eine Wasserader, die komplett durch den Saal durchging. Die war linksdrehend und das hätte natürlich für unser Seminar, acht Stunden quatschen, hätte das verheerende Folgen gehabt, weil die Leute wären auf diesem Part, hätten gesagt, was erzählt der da für ein Scheiß hin und her und hätten sich dann halt ziemlich schnell unwohl gefühlt. Jetzt haben wir diese Wasserader mit einem ganz einfachen Mittel umgedreht. Wir haben nämlich einfach nur diesen Topf genommen und haben den raufgestellt. Bis dahin wusste ich nicht, dass diese Drehung dich gemutet hatte, gar nicht mal einfach nur zufällig okay war, sondern sie war wichtig gewesen, weil wir festgestellt haben, wenn der Holunder, wenn wir ihn so nehmen und auf so eine linksdrehende Wasserader stellen, dann muss der einen bestimmten Winkel haben. Ansonsten funktioniert der nicht, er bleibt dann linksdrehend. Jetzt kriegen wir schon Besuch, weil die Wasserader, die strahlt hier schon aus, die haben wir nämlich schon rumgepolt. Jetzt kommen sie hier und kontrollieren. Ein kleiner Scherz, nicht alles. Was um einen herum passiert, muss auch mit einem selbst zusammenhängen. Also da muss man ein bisschen gechillt bleiben. Ja, wir kennen das ja von den ganzen Cloudbustern und Ugoniten. Da haben wir auch so eine Aktion, dass dann so Hubschrauber langfliegen. Aber das ist in dem Fall, okay, hier kommt schon der Zweite. Also wenn jetzt noch einer kommt nach dem Zweiten hier, der ja auch rüberfliegt, dann betrachte ich mal die ganze Geschichte anders. Also okay, wir wollen es nicht so wichtig nehmen. Zurück zum Thema. Wie gesagt, es gibt einen bestimmten Winkel, in dem der funktioniert. Und dann funktioniert der so gut, dass es eigentlich schon fast beängstigt. Weil egal, wo ich ihn auf die Wasserader hingestellt habe, weil bei Eike Hensch ist es zum Beispiel so, er sagt, okay, man muss das auf die Wasserader stellen, wo sie kommt, damit sie den Rest beeinflusst. Das stimmt so nicht. Also jedenfalls beim Buchsbaum war das so, aber bei dem haben wir dasselbe gemacht. Und das hat auch funktioniert. Das heißt, es ist egal. Ich kann den mitten in die Wasserader stellen. Ich kann den am Anfang stellen. Ich kann den am Ende stellen. Der polt die ganze Wasserader rum, wenn ich das richtig mache. Und da dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich, warum die das auf den Bauernhöfen so mit so einer Kontinualität gemacht haben, mit so einer Hartnäckigkeit. Weil ich habe gedacht, wenn ich mir so einen Buchsbaum nehme und dann habe ich so einen Spot, der ist halt links drin, dann stelle ich ihn rauf und dann wird er so vier Meter beeinflusst, so ähnlich wie von einer Kugel oder von einem kleinen Turm, den ich mache. Der macht ja auch dann lokal und wandelt das um. Aber dass der auf der Erde steht, eine Wasserhade, die sieben Meter unter ihn lang geht, beeinflusst und komplett umdreht, das ist irre. Ich kann euch schon sagen, womit das zusammenhängt. Das ist auch witzig. Also das ist relativ einfach zu sehen. Deswegen vermute ich mal, dass andere Pflanzen ähnlich funktionieren. Aber ich zeige euch das mal nochmal, wie das jetzt gedacht ist. Das heißt, ich habe hier meine Wasserader. Ihr könnt sie hier hinten sehen. Ich habe die markiert für mich. Ihr könnt das jetzt vielleicht nicht ganz so deutlich sehen. Ich werde das mal gucken, ob ich es im Video dann noch deutlicher mache. Die geht hier einmal so ein bisschen kleinen Bogen und geht hier lang. Das sind jetzt vielleicht zehn Meter, habe ich jetzt hier rausgefunden. So, jetzt mache ich im Grunde genommen nichts anderes. Ich suche mir auf dieser Linie, die Wasserader ist schätzungsweise 70 Zentimeter breit, habe ich sie gemutet. Auf dieser Linie stelle ich jetzt meinen Buchsbaum hin. Wie gesagt, vorher gemutet, ihr ist linksdrehend. Wenn der jetzt richtig steht, ich mache ja nichts, reicht das aus, die ganze Wasserader umzupolen. Ich habe es aber schon was anderes gemacht. Ich habe hier vorne einen kleinen, mir von einem anderen Holunder, ich nehme das mal raus und zeige euch das. Ich habe von einem anderen Holunder mir einfach so einen Stab rausgemacht. Der ist bleistiftig, sozusagen ist jetzt ungefähr 30 Zentimeter lang. Habe die Seite, die nach unten zeigt, die habe ich auch nach unten gesteckt. Jetzt können wir das noch ein bisschen ausprobieren, dass der halt zum Beispiel, dass man guckt, was macht der denn, wenn ich den jetzt so schräg reinstecke, wenn ich den andersrum reinstecke oder sowas alles. Erstmal egal. Aber was die Wirkung wahrscheinlich extrem mit beeinflusst, ist diese, man sagt dazu, Wechselständigkeit der Knospen. Hier sieht man noch die zwei Knospen, die hier waren. Und die gehen so weg und die gehen 90 Grad versetzt, die nächste und wieder. Das heißt, wir haben hier eine wechselständige Knospen, sagt man dazu in der Fachsprache. Die sind wechselständig. Das ist der Holunder. Genau dasselbe ist der Buchsbaum. Der Buchsbaum ist auch wechselständig. Wenn ihr euch das anguckt, dann seht ihr, dass die Blattreihen sich immer 90 Grad versetzt dargestalten. Ich denke mal, man kann es sehen. Ja, so ein bisschen. Und das könnte entscheidend sein, warum diese Pflanzen in der Lage sind, Schwingungen komplett umzupolen. Das heißt, wir müssen uns das so vorstellen, hier kommt die Schwingung rein und diesen wird da einmal komplett von links auf rechts gedreht. Und wie gesagt, ich habe jetzt diesen Stock. Guckt euch das nochmal an. 30 Zentimeter. Habe den nur so ein Stück in die Erde gesteckt. Wir reden hier von zwei Zentimetern. Und er hat die komplette Wasserbahn einmal umgedreht. Das heißt, ich muss noch nicht mal einen Holunder da hinsetzen. Weil ich hatte mich schon gewundert, als ich meinen eingepflanzt habe, das sind ja nur zwei bleistiftige Stängel gewesen, die da drin waren. Und da denke ich mir, wie jetzt? Was jetzt? Aber das ist das Entscheidende. Wir können also mit sehr, sehr wenig Aufwand sowas bewirken. Und wenn ich jetzt einen Holunder mir vor das Haus setze, um meine linksdrehende Wasserader, die durchs Haus marschiert, rechtsdrehend zu machen, ich drehe die einfach einmal um. Perfekt. Wenn ich die ganze Geschichte muten kann, und das setze ich voraus, dann kann ich auch den Erfolg überprüfen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den eingesetzt habe, oder ich mache das ja so, ich stelle ihn hin, mute, hat sich jetzt was geändert oder ist es geblieben? Wenn ich das sozusagen dann nachprüfe, ja, dann habe ich da mit einer Leichtigkeit, ich finde irgendwo vor dem Haus, von irgendwo kommt hier Wasserader und die geht irgendwo hin. Und irgendwo habe ich auch ein Stück Fläche, wo ich was einpflanzen kann. Ja, das kann auch hinter der Terrasse sein. Das ist überhaupt kein Problem. Dann pflanze ich da sowas ein und ich habe mit Leichtigkeit das Ganze umgewandelt. Ja, ich zeige euch jetzt gleich nochmal, wie man eine Wasserader überhaupt findet, weil das ist nämlich auch so eine Geschichte, dass man eine echte Wasserader von einfach nur einer nassen Stelle unterscheiden kann. Und dann wird auch so ein bisschen klar, wo die Reise hingeht. Okay, da bin ich wieder. Als erstes suchen wir uns jetzt mal eine Wasserader, ja, und das mache ich folgendermaßen. Ich mache das mit der Grifflenktechnik. Das habe ich mehr oder weniger von dem Ike Hensch übernommen. Und der hat es natürlich auch von anderen, die haben das zusammen entwickelt. Schneider heißt da eine zum Beispiel, der hat die Lächerrute, die Lächerantenne hat er konzipiert. Könnt ihr mal googeln. Gibt es ein paar interessante Videos so. So, okay. Die Grifflenktechnik ist so gemacht, dass das ist rein physikalisch, dass wenn ich jetzt halt mit meiner Zweihandrute rangehe und sage, ich suche eine Wasserader, dann ist das eine mentale Technik. Das ist eine physikalische Technik. Das geht hier um Schwingung und um Rissenanz. Wenn die Sachen miteinander in Resonanz stehen, das heißt die Wellenlänge, dann zeigt die was an und dazu muss ich mir gar nicht denken, was ich da suche, sondern ich muss nur die richtige Grifflenke greifen. Und jetzt habe ich hier drei blaue Markierungen, die stehen für Wasser. Ja, und jetzt mache ich folgendes. Ich mache als erstes, nehme ich eine dieser Markierungen, nehme sie in den entsprechenden Griff. Das kann ich auch noch mal im Detail zeigen. Das ist jetzt nur nicht der Rahmen dafür, weil sonst wird das Video wieder gesprengt. Ich spanne sie auf, mache die entsprechende Spannung. Der Stöpsel hier steht so 40 Grad nach oben vor mir. Und jetzt mache ich einfach folgendes. Ich drehe mich und kriege hier, ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ich zeige mal, was da passiert. Ich kriege jetzt genau hier einen Ausschlag. Und diesen Ausschlag kriege ich im Grunde genommen nur, weil ich mich 90 Grad zu dieser Wasserader befinde. Das bedeutet, ich muss jetzt nur noch geradeaus laufen und habe dann irgendwann einen Ausschlag. Und das machen wir jetzt mal. Ich gehe jetzt mit dieser Information, ich habe jetzt als erstes, wie gesagt, die entsprechende Spannung hochgebaut, ungefähr 40 Grad. Gehe hier hin, habe jetzt eine Reaktion. Und jetzt gehe ich einfach nach vorne und laufe. Ich komme euch mal entgegen, damit ihr das sehen könnt. So, also jetzt seht ihr mich. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen klein bin, glaubt mir einfach. So, also pass auf. Ich spanne die jetzt auf. Und jetzt gehe ich los und habe hier einen Ausschlag. Gehe weiter. Habe hier einen Ausschlag. Und gehe noch weiter. Und habe hier nochmal einen Ausschlag. Das heißt, ich habe drei Ausschläge. Genau genommen ist es einmal eine Ankündigungszone, eine Hauptzone und nochmal eine Ankündigungszone. Je nachdem, von welcher Richtung ich komme. Jetzt nehme ich mir eine weitere Grifflänge, weil wir haben ja drei hier drauf. Und prüfe das nochmal nach. Wanne die nochmal auf. Und gehe einfach nochmal nach vorne. Habe hier einen Ausschlag. Habe hier einen Ausschlag. Und dieser Punkt, den habe ich hier markiert, den habe ich jetzt zweimal gleich gekriegt. Die anderen vier Punkte, die unterscheiden sich. Das heißt, das könnten wir jetzt noch mit der dritten Markierung machen. Und wir würden immer diesen einen Punkt, den würden wir von allen auf der gleichen Ebene kriegen. Das ist nämlich die Hauptzone, die Mitte der Wasserader quasi. Und die beiden Ankündigungszonen, die sind jeweils bei den verschiedenen Grifflängen, sind die entweder weiter vorne zur Hauptzone oder weiter hinten. Und daran erkenne ich, ob es eine echte Wasserader ist. Wenn ich das herausgefunden habe, dann gehe ich mit meiner, dann nutze ich eine mentale Technik. Und gehe hier rüber. Ich weiß jetzt, ich habe das vorhin ausprobiert. Die geht hier einfach lang und kann jetzt an beliebiger Stelle sagen, okay, ich suche einen linksdrehenden Punkt. Habe hier sofort einen Ausschlag. Gegenprobe. Ich suche einen rechtsdrehenden Punkt. Die Route bewegt sich jetzt nicht. Jetzt kann ich noch Folgendes machen. Ich sage, aus welcher Richtung drückt das Wasser? Und die Routen zeigen jetzt nach dort. Das weiß ich, okay, die geht hier hin in diese Richtung. Das sind so die Sachen. Ich könnte jetzt noch herausfinden, in welcher Tiefe das ist, aber das würde jetzt nicht so weit führen. Darum geht es jetzt erstmal nicht. Also wir haben festgestellt, wir haben eine echte Wasserader. Die ist linksdrehend. Und die wollen wir jetzt umpolen. Und dazu nehmen wir uns unseren Holunder und stellen den jetzt einfach mal hier rauf. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass ich von da vorne bis nach da hinten die Wasserader abgegangen bin und die ist überall linksdrehend. Ja, das sind 10 Meter Minimum. Wenn nicht sogar noch 15 Meter, weiß ich jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. So, jetzt habe ich hier den Holunder hingestellt und ich frage jetzt einfach mal ab, ist die Richtung, wie der Holunder steht, ist die Drehung gut so? Ich kriege jetzt keine Bestätigung. Ich drehe um ein paar Grad weiter und frage wieder, ist die Richtung optimal für den Holunder? Ich kriege wieder keinen Ausschlag. Ich drehe weiter auf der Stelle. Ja, so suche ich mir halt die Stelle aus. Ist die Drehung die Richtung, in der der Holunder steht, gut? Ich kriege hier einen leichten Ausschlag. Probieren wir mal noch weiter. Ist die Drehung für den Holunder hier jetzt gut? Der Ausschlag, ja, ich würde irgendwo dazwischen sein, weil der war jetzt ein bisschen... Ist die Drehung für den Holunder jetzt hier gut? Ja, jetzt ist er sehr stark. Ich lasse ihn jetzt mal so stehen und jetzt können wir mal testen. Wir gehen hier rüber. Ich suche einen linksdrehenden Punkt. Die Wasserader, die eben noch linksdrehend war, ist hier auf jeden Fall nicht mehr linksdrehend. Ich suche einen rechtsdrehenden Punkt und kriege einen heftigen Ausschlag. Die hat sich hier schon mal gedreht. Ich gehe jetzt hier rüber. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nur eine Kamera bin. Ich suche einen rechtsdrehenden Punkt. Die ist komplett umgepolt und da kann ich an das Ende gehen. Ich kann an das Ende gehen. Die bleibt jetzt rechtsdrehend. Jetzt machen wir mal die Gegenprobe. Wenn der jetzt so ungünstig steht, ich drehe ihn einfach nochmal. Eventuell könnte das reichen. Ich suche einen rechtsdrehenden Punkt. Ausschlag bleibt aus. Ich suche einen linksdrehenden Punkt. Habe sofort einen Ausschlag. Das heißt, die Wasserader ist, wie sie vorher war, nur weil der Holunde jetzt gerade anders steht. Und das hat damit zu tun, dass diese Wechselständigkeit der Blütenknosten und Blattknosten das offensichtlich beeinflusst. Und die müssen richtig stehen und dann funktioniert das auch. Ich habe ihn jetzt wieder ein bisschen zurückgedreht. Ich suche einen rechtsdrehenden Punkt, kriege sofort einen heftigen Ausschlag. Die Wasserader ist wieder umgepolt. Ihr seht, wie leicht das geht. Dasselbe kann ich mit einem Buchsbaum machen oder aber noch viel genialer, ich mache das einfach mit einem Holunderstab, einen, den ich mir gerade frisch abgeschnitten habe. Ja, zeige ich euch. Wie gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich es in der Hand habe, verfälscht ist das Ergebnis. Deswegen muss ich noch einmal so testen. Ich suche einen, geh wieder hier hin. Ich suche einen rechtsdrehenden Punkt. Kein Ausschlag. Ich suche einen linksdrehenden Punkt. Habe wieder einen starken Ausschlag. Alles klar. Hier ist die Wasserader. Gott sei Dank habe ich sie gekennzeichnet, sonst ist es immer schwierig, die dann immer gleich wieder zu finden. Ich nehme den Holunder jetzt einfach so, stecke ihn jetzt hier in den Boden rein und gucke mal, was passiert. Ich suche einen linksdrehenden Punkt. Ich habe ihn aus Versehen richtig reingesteckt. Ich suche einen rechtsdrehenden Punkt und die Wasserader ist nur durch das kleine Stöckchen komplett bis da hinten umgepolt. Jetzt probieren wir noch mal ein bisschen. Wir drehen die einfach noch mal ein bisschen. Zum Beispiel so. Ich suche einen rechtsdrehenden Punkt, kriege wieder keine Anzeige. Ich suche einen linksdrehenden Punkt und habe wieder die Originalsituation. Und ich zeige euch gerade mal eben, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt hier die ehemaligen Blattstände, ich hoffe, man kann es jetzt hier so sehen, die habe ich jetzt nicht 90 Grad zur Wasserader gesetzt, weil damit würde der mit der Wasserader zeigen und der gegen die Wasserader, sondern ich habe sie 45 Grad verdreht, sodass der 45 Grad verdreht ist und der 45 Grad verdreht ist. Und das bedeutet, diese Sperrung, die durch diesen Wuchs, diesen wechselständigen Wuchs entsteht, die ist jetzt nicht möglich, weil beide sind quasi geöffnet. Und dann haben wir keine Umpolung mehr, sondern es bleibt, wie es ist. Aber das ist natürlich mega genial, wenn wir das haben, weil in der Natur sieht es so aus, dass der Holunder in die Wasserader, also wenn die Samen sich verteilen, dann wird er zum Beispiel irgendwo ausgesamt und da, wo ein linksdrehender Punkt ist, wächst er und diese Ständigkeit, diese Gegenständigkeit, die wächst so, dass der Baum natürlich oben positive Schwingungen erzeugen kann und dadurch gedeiht er besonders gut. Das ist ein Spezialist der Holunder, der sucht sich diese Flecken. Wenn wir jetzt in der Baumschule oder im Gartencenter so einen holen und dann einpflanzen und wir machen es falsch, dann müssen wir uns nicht wundern, dass der Holunder dann ganz viele Blattläuse kriegt und eben mit Problemen zu kämpfen hat. Deswegen ist es erstmal gut, wenn der Holunder sich selber anpflanzt, aber wenn wir unser Haus gebaut haben und da alles weggemacht haben und dann versuchen wir da zu gärtnern, dann können wir schon so eine Holunder uns dann holen, am besten hier in so einem Dings. Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass ihr mit den Muten Erfahrungen habt, dass ihr auch die Ergebnisse testen könnt, ob das jetzt auch so passt. A, dass ihr rausfindet, wo ist denn die Wasserader, wenn ihr sie gefunden habt, dass ihr auch wisst, aha, ich habe den jetzt aufgestellt, es hat sich was verändert. Ja, das muss man einfach feststellen. Wenn ihr es nicht könnt, dann holt euch jemanden, der es kann und checkt das mal ab. Letztendlich ist das ein Riesending, weil in dem Moment, wo die Wasserader rechtsdrehend ist, dann kann die auch durch euer Bett durchgehen, dann wird die nicht ganz so arg sein. Ja, das ist im Grunde genommen eine wichtige Ergänzung zur Elektrokultur, weil wenn ich mit verzinktem Eisenrad, mit Lakowski-Spule arbeite und ich habe trotzdem eine linksdrehende Wasserader, die ich nicht behandelt habe, dann kann das sein, dass die Lakowski-Spule nicht funktioniert. Das kann auch sein, dass der verzinkte Eisenrad noch halb so viel bis gar keine positiven Ergebnisse bringt. Und das ist natürlich eine Geschichte, da kriegen wir dann immer die E-Mails, ja, meins funktioniert nicht. Als erstes muss ich die Fläche, auf der ich gärtner, energetisch sozusagen optimieren. Das haben die Mönche früher gemacht, das können wir heute auch. Ja, da müssen wir nicht an Gott glauben, das geht auch so. Und dann kann ich mit Elektrokultur noch oben einen draufsetzen. Aber wenn ich jetzt nur Elektrokultur mache, dann kann ich Glück haben, ich kann auch Pech haben und das wäre schade. Ich habe immer gesagt, Elektrokultur funktioniert, wir müssen bloß rausfinden, wann sie nicht funktioniert. Das ist einer dieser Punkte, weil die Wasseradern oder Störzonen sind eben nicht unwichtig für die Pflanzen, weil sie reagieren drauf. Jetzt haben wir auch ein paar Experimente gemacht mit zum Beispiel Efeu. Und das ist sehr spannend, weil da müssen wir komplett umdenken, weil Efeu kann mit Wasseradern in dem Sinne, ja, kann ja schon was anfangen. Aber wir haben festgestellt, dass der auch eine Verwandlung macht, aber die Verwandlung auf Wasseradern kann der nicht, wie der Buchsbaum oder der Holunder. Der macht aber Verwandlung auf den sogenannten Blitzgittern. Das heißt, das sind Punkte, die eine bestimmte energetische Eigenschaft haben, die wir jetzt mit Wasser nicht ausmachen können. Aber diese Punkte wandelt er um. Und zwar, wir haben das erlebt von positiv in negativ. Und wahrscheinlich geht auch von negativ in positiv. Man muss das bloß dann entsprechend aufbauen. Aber da sind wir noch am forschen, weil jetzt wissen wir, wo die Reise lang geht. Wir werden jetzt zum Beispiel solche Bäume wie Linde, Eiche, Kastanie, die werden wir jetzt testen auf ihre Eigenschaften. Wie verhalten sie sich auf Wasseradern, auf Störzonen? Was machen sie da? Das ist ein Riesenfeld. Wenn wir das haben, dann können wir ein neues Buch schreiben über energetisches Gärtnern. Und das funktioniert dann wirklich. Ihr braucht dann keine Elektrokultur mehr. Ihr braucht nur an den richtigen Stellen, die ihr vorher ausgemutet habt, braucht ihr nur die richtigen Pflanzen zu setzen. Und alles, was dazwischen wächst, wird wie Teufel wachsen, weil es dann nämlich die optimale Bedingungen hat. Also im Grunde genommen, das ist uraltes Wissen, nur ist das zu weit weg. Das ist wie, wenn da hinten einer ruft und irgendwie ein Buch vorliest. Wir werden zwar das Rufen hören und wir werden auch einzelne Wörter hören, aber wir werden den ganzen Text nicht verstehen. Und so ist es mit unserer Vergangenheit. Die Informationen sind so weit weg, dass vieles davon untergeht auf dem Weg zu uns. Und wir sind jetzt dabei, diesen Punkt zu finden, wo wir diese Sachen wieder ergänzen, und zwar sinnvoll ergänzen, durch Versuche und sagen, aha, der hat das und das gesagt und die und die Wörter habe ich nicht verstanden, aber das gehört mit dazu. Und ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr Leute seht, die über dieses Thema sprechen, dann ist das alles noch nicht mit bei, was ich euch gerade erzählt habe. Es deutet das zwar an, aber dieses Konkrete, diese Wechselständigkeit, wie die sich verhält, wie die dann die Polung beeinflusst, da hatten die jetzt, das war denen nicht klar. Es ist ihnen auch nicht klar gewesen, dass es eigentlich total nebensächlich zu sein scheint, auf welchen Teil dieser Wasserader ich diese Dinger raufstelle. Dass man die irgendwo raufstellen kann, wo sie herkommt, wo sie hingeht. Und sie beeinflusst die ganze Wasserader. Das finde ich mega. Auch wurde immer gesagt, wenn ich Buchsbaum pflanze, dann müssen die als Sperrriegel aufgebaut werden. Oder es müssen mehrere gemacht werden, damit die ganze Geschichte hier sozusagen auf der Wasserader langläuft. So wie in den alten Bauerngärten, Barockgärten, wo dann halt wirklich die Wege oder die Beete mit Buchsbaum eingezeugt werden. Das ist im Grunde genommen eigentlich nur in meinen Augen, wenn ich das heute betrachte, eine Vorsichtsmaßnahme. Weil wenn ich jetzt hier eine negative Leitung entstöre, dann kann die auch mal durch verschiedene Umstände ein Stück weiter verlegt werden unter der Erde. Und indem ich einfach alles einkäste, gehe ich sicher, dass egal wo die durchkommt, hat die die entsperrt. Aber eigentlich brauche ich nur einen Buchsbaum. Eigentlich brauche ich nur einen kleinen Holunder und der kann das ganze Ding regeln. Das ist das, was hier dahinter steht. Also das ist eine Riesenmöglichkeit. Wir sind gerade erst am Anfang und ich freue mich mega auf diese Reise und ich will euch gerne mitnehmen. Macht es nach, probiert es aus, schickt mir eure Ergebnisse und wir werden ganz weit viel, also ganz viel Wissen zusammentragen können und werden es immer wieder, und das ist das Erstaunliche, wenn wir was neu entdecken, dann gucken wir uns nur in die Vergangenheit bestimmte Berichte an und erkennen auf einmal im Moment mal, die wussten das schon. Wir haben es, muss ich verstanden. Und wir wollen es verstehen, weil wir wollen es für uns nutzen, weil das, wie wir heute leben, ist nicht unbedingt der beste energetische Zustand, den wir haben. Den können wir für uns durchaus optimieren. Es gibt noch ganz viel Luft nach oben. Wir müssen bloß Luft holen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.